So, jetzt sehe ich, dass die Leute hier diskutieren über Kirke und Erba Pura. Genau, Kirke ist viel, viel süßer. Ich kann immer nur sagen, ja, weil die Frage kommt wirklich jedes Mal, dass Kirke für mich echt von der Haltbarkeit her nicht gut war. Also ich weiß noch, ich habe den, als ich noch bei Douglas gearbeitet habe, einmal im Office getragen. Ja, von der DNA her sind beide Düfte schon, also haben beide so das Prädikat Nischenduft auf jeden Fall verdient. Ja, gar keine Frage. Aber so von der Haltbarkeit her, wie gesagt, als ich noch bei Douglas gearbeitet habe, habe ich den Kirke nochmal getragen. Ich hatte ihn gerade halt von Douglas gekauft, weil wir den für den Stream benutzt haben. Und dann habe ich ihn halt morgens aufgetragen. Ich habe wirklich mir gegönnt, obwohl das ein süßer Duft ist. Ich habe wirklich acht, neun Sprühstöße davon verwendet, weil ich einfach, ich habe vorher, habe ich den auf meiner Haut, auf meinem Handgelenk aufgesprüht, habe dann gerochen und fand es so, wow, voll nice. Habe mich dann wirklich damit gebadet und habe dann gemerkt, so, hm, also erst mal geile DNA so, hat auch zwei Stunden gehalten. Und dann, irgendwann war, ist der halt straight nach unten gegangen und ich habe nichts mehr gerochen. Und dann war ich halt, was heißt schon nicht mehr bei Douglas? Nee, ich bin da, habe da gekündigt in der Probezeit, weil das nicht so gematcht hat. Aber auf jeden Fall, ich habe da meine Kollegin gefragt und meinte, weil ich halt dachte so, jo, bei einem Extradeparfum, das kann eigentlich nicht sein, dass das direkt, dass das direkt aufhört, so zu funktionieren, weißt du? Weil so nach zwei Stunden, okay, da sollte schon mehr drin sein, ja. Und dann meinten die so, nö, ich rieche auch nichts mehr. Also die haben das dann genauso gesagt, wie ich es wahrgenommen habe. Sie meinten so, am Anfang haben wir das volle Kanne gerochen, du rauchst wirklich stark nach Parfümen. Und, also haben sie es natürlich nicht gesagt, aber das war so das, was rüberkam. Und jetzt aber irgendwie so gar nicht mehr. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, gut. Das war dann meine Erfahrung mit Kirke. Und da habe ich eben die Erfahrung gemacht, ich meine, ich habe die beiden ja auch verglichen, habe gesagt, er war purer. Ich weiß gar nicht, ob Kirke oder Erba purer günstiger war, aber einer von beiden war auf jeden Fall günstiger. Komm, das finden wir jetzt noch raus. Und, okay, der Kirke war 190 Euro und Erba purer. Ja, gut, Erba purer ist ein bisschen teurer, sehe ich gerade. Erba purer ist ein bisschen teurer. Aber das war von der Haltbarkeit her einfach überzeugender. Und auch wenn ich dieses leicht pudelige Ding halt nicht so hart feiere, ja, das war für mich einfach jetzt so ein K.O.-Kriterium. Ist das nicht normal, dass bei Extrace die Siage besser ist und bei Parfums die Haltbarkeit? Bei Extrace ist die Haltbarkeit besser und bei Eau de Parfum die Siage in der Regel. Also in der Regel, ja. Weil, ich meine, man dreht normalerweise, wird mir mal schnell auch ein Strick draus gedreht auf YouTube, wenn ich sage, dass ein Eau de Toilette in der Regel nicht so lange hält wie ein Eau de Parfum. Deshalb sage ich es an dieser Stelle nochmal zu, in der Regel heißt nicht, dass es immer so ist. Aber meiner Erfahrung nach ist es meistens so, dass die Parfums tatsächlich länger auf der Haut bleiben. Vermutlich auch, weil da einfach mehr Öl drin ist und es deshalb schwerer ist. Würde ich mir jetzt zumindest so herleiten als Laie. und dass die Eau de Parfums, weil sie halt ein bisschen leichter konzentriert sind, einfach mehr abstrahlen und mehr in der Luft sind. Dafür aber dann auch schneller wieder weg sind und nicht so lange halten. Das ist so meine Erfahrung. Es gibt aber auch gute Gegenbeispiele. Zum Beispiel, sorry, zum Beispiel den Oud Satin Mood von MFK, was ja ein Duft ist, den ihr alle sicher kennt. Da ist es so, dass das Extrace, das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, weil Extrace ballert hier einfach bis zum nächsten Morgen. Eine Siage 9,3. Und das ist jetzt ein Gegenbeispiel, wo die Wolke, die du um dich herum ziehst und die Haltbarkeit, beides beim Extrace de Parfum besser ist als beim Eau de Parfum. Wobei das Eau de Parfum auch dem Ganzen jetzt nicht in so viel nachzustehen scheint. Ich fand den Unterschied deutlicher, muss ich sagen. Aber gut, das kann ja jeder irgendwie, das kann ja jeder irgendwie so für sich auch entscheiden dann. Aber ich kann sagen, Extrace ist einfach King, was das angeht. Und ja, und es ist so für mich auch, dass Eau de Toilette tatsächlich die meisten Eau de Toilettes, die man so kaufen kann, eben in der Parfümerie, halten für mich einfach nicht gut. Bei so Sachen wie Andy Tower ist es anders. Deshalb, ich habe ja letztes Mal im Stream auch über ihn gesprochen und dass ich seine Düfte extrem feiere. Oder vorletztes Mal im Stream. Weil der einfach, der macht Extrace Parfum. Hier, Eau de Toilette Intense, glaube ich, heißt es. Oder auch bei Aqua di Parma teilweise. Die halten deutlich besser. Und das ist schon sehr krass. Aber das ist wirklich eher die Ausnahme meiner Erfahrung nach. Weil, ja, Eau de Toilette normalerweise einfach. Das ist halt wirklich nur so mal zum Erfrischen, finde ich, morgens. Und dann ist es nach der Hälfte vom Tag schon weg. Und deshalb, ich bin inzwischen auf dem Trip. Ich benutze nur noch Eau de Parfum oder Extrace. Und ja, ist halt einfach so eine Grundsatzentscheidung, denke ich.